Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich bei Windows 10 hier ein Benutzerkonto richtig löschen und somit dauerhaft den Account entfernen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe in meinem Fall hier jetzt mal einen Hauptaccount, welches auch ein Administrator ist, also hier Manuel Winschel. Und dann habe ich noch ein weiteres Konto, welches einfach kein Administrator ist und welches ich löschen möchte, dieses Hans Mustermann hier. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ich jetzt zum Löschen mit meinem Hauptaccount angemeldet sein muss, welcher auch die Administratorrechte hat. Also wie bei mir hier der Fall, Manuel Winschel. Als nächstes gehe ich hier unten links mal auf das Windows-Symbol drauf, dann schaue ich hier auf Einstellungen, klicke einmal drauf. Als nächstes muss ich noch den Reiter Kunden auswählen und hier dann Familie und andere Benutzer auswählen. Wenn ich hier drauf bin, können wir auch schon sehen, andere Benutzer, dass hier das Konto Hans Mustermann, was in meinem Fall auch ein lokales Konto ist, erscheint, welches ich dann auch löschen möchte. Falls ich übrigens noch vorhabe, dass ich meinen Hauptaccount lösche und hier dieses zweite Konto als meinen Hauptaccount anschließend verwende, dann muss ich erst einmal von diesem zweiten Konto den Kontotyp ändern. Ich klicke einfach mal mit der Maus drauf, gehe auf Kontotyp ändern. Danach kann ich hier Administrator auswählen und das Ganze mit OK bestätigen. Jetzt muss ich meinen PC neu starten und dann mit diesem zweiten Konto, also Hans Mustermann, welcher jetzt Administrator ist, einloggen und dann kann ich die Anleitung wie folgt fortführen. Ich gehe anschließend also auf das Konto drauf, was ich löschen möchte, dann einfach mal hier auf Entfernen draufklicken. Jetzt werde ich nochmal gefragt, ob ich wirklich das Konto mit den entsprechenden Daten darauf löschen möchte. Ich sollte also davor unbedingt schauen, dass hier alle wichtigen Dokumente irgendwie extern abgespeichert worden sind. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich hier unten auf Konto und Daten löschen das Ganze noch akzeptieren. Jetzt dauert es einen kurzen Moment und schon wird das Konto bei Windows 10 richtig gelöscht, so wie wir es haben möchten. Du siehst, hier ist kein zweiter Benutzer mehr zu sehen und auch wenn ich hier unten links einmal drauf gehe auf meinen Account, dann können wir sehen, dass hier vorhin Hans Mustermann gestanden ist. Dieses Konto wurde jetzt richtig gelöscht. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.